Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und vermutlich letzten auch noch mehr Session von Need for Speed. Most Wanted. Ja, denn wie ihr vielleicht alle wisst, wir dürfen gegen ihn fahren und auch genau das werden wir tun und das wird gut Dingweile haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir ihn relativ schnell machen können, bis dann geht's. Racer! Schön, so seh ich dich mal wieder. Jetzt fahr bloß so wie sonst und das Rennen gehört dir. Na guck mal, wer da kommt. Ich bin froh, dass ich dich sehe, Zuckerpuppe, mein Glücksbringer. Mach ihm Feuer unterm Hintern und hol die Karre zurück. Ich sorg dann schon für den Rest. Willst du Racer noch eine Karre spendiert, Baby? Jetzt geht's ab! Ach, ne, eigentlich nicht, aber ich glaube, du wirst mein Auto wieder mir zurückgeben. Bei einfach der Lambo einfach mal zehnmal geiler ist das wieder, wie weh. Neh, ich mir aus und könnte ich mit dem Lambo nicht. Geh weiter. Und tschüss. Erstens ist der Lambo schneller, zweitens sieht der geile aus. Und, ja, mehr Gründe brauche ich dafür gar nicht. Oh, der war sogar schnell unterwegs, okay. Wenn er in das angestellt. Ich muss halt erst wieder reinkommen. Irgendwie schon wieder das Gefühl, dass die Tastatur nicht immer Signale übergibt. Das ist schon wieder, ey. Was ist denn da los? Immer widerspricht es mal so kurz ab. Oh, in Führung sind wir zumindestens. Und er lag und es fährt mit der Wichse direkt davor rein. So ein Sack. Shake den nochmal, oder? Nee, der bremst das weg. Ach, kacke, man. Das ist, wenn die Tastatur nicht geht. Oh. So war es nicht geplant, ganz. Aber ist noch gegangen. Oh. Und vorne gibt's gleich... Oh, wo kommt denn der denn her? Ey, 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 jetzt ist es aber da mal gut. Der legt sich davon. Von der verdammt knappes Rennen. Oh. Boah. Das ist ihm leichter gegenfahren. Ich hab's euch die Geschwindigkeit noch mitbekommen. Ey, wir sind jetzt schon wieder mit der Tastatur los. Füß ich die ganze Zeit ab. Und ich hab' da erst mal jetzt aufladen. Ich hab' ja nicht gern Bock dazu. Aber wir haben das erste Rennen gewonnen. So sieht's aus und nicht anders. Und ich steck' mal die Tastatur an. So. 2711 kmh sind wir gefahren. Das macht mal einer nach. So. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Wieder gerade hinsetzen. Und weiter geht's mit Rennen Nummero zwei. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht beim ersten Mal klappen. Aber. Macht ja nix. Ich hab' doch gedrückt. Scheiße. Unde. Ja. Aber so fliegt jetzt ist das gar nicht angefangen. Ey. Ich hab' mir geht aus der Tour. Ach, kacke, ey. Ach, vorher bin ich rechts dran vorbeigefangen. Ich muss ganz links rüber. Gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Gut. Ja, da kommt ja der Kerl daher. Wo ist denn da durchfahren? Hm. Das frag ich mich jetzt echt gerade. da hat er zu spät gesehen das wäre vielleicht eine Möglichkeit das ist die 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 Ach du meine Güte. Schöne und Funktionen immer super. Vorüber da. Jawoll. Nein. Fuck. Er hätte sich auch abgeschossen. Nein. Das ist jetzt schade gewesen. Verdammt schade. Das dauert und dauert. Das ist echt gewannsam. Nein, das gibt's doch wohl nicht. Und er hat auch schon einen Totalschaden gehabt. Wenn man das halt wüsste aber einen Totalschaden hat oder nicht, könnte man dann ganz langsam und gemütlich reinfahren. Ja, geil. Ey. Ey. Ihr seht, ich hab so meine Probleme bei dem. Ja, super. Das ist total kacke. Okay. Wo willst du denn da fahren, meine ich? Ich hab so den guten Start immer, aber... Ab hier bröselt es mich dann immer. Ja, super. Jetzt komm ich mal da und dann werde ich natürlich weiter. Gut, aber ich hab vielleicht so ungefähr eine Vermutung oder so, wie es klappen könnte. Jetzt hab ich nicht mehr gut geschalten. Äh, beziehungsweise hab ich gut geschalten und nicht mehr perfekt. So, so geht planen. Komm schon, yeah. Nach dem wievielsten Versuch haben wir es geschafft? Zehnten? Fünfzehnten? Ist egal. Wir haben einen. So. Nummer drei. Nummer drei. Das ist wesentlich einfacher. Einfach nur Sprinzen. Kann sogar aber sein, dass wir wollen müssen, aber... Ey, und die Drecks-Taster, zu ey, leck mich doch. Und irgendwie hab ich jedes Mal wieder, muss ich aufs Neue irgendwie die Leistungstuning verbessern. Was zum Henker war denn das grad? Das sieht grad echt krass angehört. So wird das auch nichts. Das geht vielleicht schon eher. Ja. Wollen wir keinen abkürzen? Weil der eh nur auffällt. nicht so gar, wenn wir gleich drehen, was ist mit dir los, ey? Ja, sicher. Woop, 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 woop. Hm. 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 Das ist mein Handy. Genau, schieß den ab. Was war denn das grad? Unsichtbar. War denn das? Was war denn das? War denn das? Das war's. War denn das? Mal. Dann, dass es dieboys. Wenn du siehst. Da da, doo-da, doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo, subscribe!